Ja, ich mag Früchte auch. Uff, bin ich der Einzige anders? Nee, du bist nicht die Einzige, Jack Riese, aber ich würde es, also ich höre es lieber, dass du anders magst. Was geht, Jan? Was geht? Alles okay? Komm, Jan, wir suchen uns einen Generator. Komm. Jan, komm mit. Jan, komm her. Wir machen den Jan. Konsistenz von Ananas, erinnert stark an Holz. Oha, an Holz, jetzt übertreibt man dich. Richtig nett dazu, das zu sagen. Ich zwinge dich nicht, Jack Riese, aber ich fände es toll, wenn du positiv über die Ananas sprechen würdest. Morsches von, oh Leute, jetzt übertreibt man dich. Der Saft ist super zu mixen. Ja, genau. Leute, erfreut euch an den positiven Dingen. An der Ananas, ja. Wenn ihr die Konsistenz nicht mögt, kein Problem. Wenn ihr den Saft mögt, super. Ist ein Pick, okay. Ist eine Pick, eine Pick, Pick, Pick. Ist jetzt halt die Frage, ob sie Lightborn hat, ne? Oha, Steven, sag mal ruhig, ey. Ohne Witz. Ohne Witz hier. Steven, das ist, das ist, das ist, nee, nee, Steven. Nee, nee, Steven, komm. Halt dich da raus. Das sind, das sind Ananas-Diskussionen, von denen du eh keine Ahnung hast, ja? Du hast keine Ahnung von diesen, von der, von der Ananas. Du weißt, du weißt einfach nicht, was, was eine Ananas ausmacht. Du bist ein Ananas-Hater. Mixen mit Wodka, ja, warum nicht? Ananas wertet vieles auf. Ein bitte Steven ist erschienen. Oh mein Gott. Als wäre Steven sein Pokémon. Oh mein Gott. Wo ist die denn? Ach, die ist unter uns. Ja, ich höre sie, die ist unter uns. Oh mein Gott. Okay. Sie ist hinter Hannah her. Die sind da vorne. Nice. Nice. Sie hat nicht Lightborn dabei. Ähm. Ey, Calero, schön, dass du da warst, ja? Und ja, Steven, genau das hatte ich auch gerade. Ich muss schnell einen Hype-Juice. Oh mein Gott, einen Hype-Juice. Mach das mal, mach das mal. Was trinkst du denn, Steven? Was trinkst du denn? Wodka mit Ananas-Saft? Vielleicht, zufällig? Heimspiel? Ist halt echt so, Erik. Das ist ein Heimspiel für uns. Das ist unsere Map. Oh, Steven. Steven joint gleich der Ananas-Army. Ja, Steven, du wirst schon sehen. Du wirst ein... ...ein sehr aufmerksames Mitglied der... ...der Ananas-Armee. Oh, da hinten sind sie unterwegs. Jan! Okay, machst du gut, Jan. Ich hab nichts gesagt. Wodka mit Apfelsaft. Ja, Apfelsaft ist auch geil. Ich mag halt Früchte. Ich mag Säfte. Ich mag Curry-Geschnetzeltes mit Ananas. Oh, das klingt so gut. Ohne Scheiß. Das klingt gerade richtig lecker. Dabei hab ich noch nicht mal Hunger. Aber da bekommt man richtig Appetit. Mit Apfelsaft. Also, ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich kann's mir sehr gut vorstellen. Weil ich liebe auch Apfelsaft. Oh, oh, oh. Warte, ich muss es probieren. Nein! 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 Es tut mir leid, Jan. Es tut mir leid. Nein! Nein! Jan, es tut mir leid. Oh mein Gott. Erik, ich bekomme gerade richtig Hunger, ne? Wenn ich sowas höre. Nice. Nice. Sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich muss mir mal machen. Erik, ich find's auch super, dass du Stefan geschrieben hast. Find ich super. Gefällt mir sehr gut. Geht's am 26. Oh, Foxy. Ich komm vorbei. Ich komm vorbei. Es klingt super. Es klingt total lecker. Klingt richtig gut. Und Jan, es tut mir leid. Den hätte ich haben müssen. Ich war mir unsicher, ob ich wirklich zu früh bin. Und wollte einfach durchziehen. Aber ich war einen Tick zu früh. Nach Wien? Nach Wien würde ich gerne kommen. Ja, ja. Das Weihnachtsessen. Das Weihnachtsessen ist immer gut. Du hast auch Punkte bekommen, Igel. Geil. Ich frag mich, ob ich Punkte bekomme. Ich würde auch gerne mehr Punkte bekommen. Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht hab ich ja auch Punkte bekommen. Dann müsste ich mal in den Stream zurückspulen. Komme ich nach Wien besuchen. Seid ihr alle in Wien? Wer wohnt denn alles von euch in Österreich? Also ich weiß, dass Arnold in Österreich wohnt. Also auch in Wien. Hier bekommst du einfach nach dem Stream neu starten. Okay. Nice. Okay, krass. Das heißt, wenn man jetzt neu startet, bekommt man Punkte oder was? Okay, dankeschön, Erik. Dankeschön, Erik. Ah, du besuchst... Okay, okay. Du besuchst... Okay, okay, okay. 30k bekommen. Patrick, ich glaub, wir müssen beide einfach das Spiel neu starten. Ach, da hinten. Jetzt oben. Oh mein Gott. Okay, Jan. Recover dich ein bisschen. Ich versuch, dich jetzt zu holen, ja? Nein. Jan, sorry. Mehr war nicht drin. Nice. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Nein, jetzt hat es uns beide, Jan. GG's. Nee, Sky Ends. So was machen wir nicht. Hier gibt's keine Abo-Anfragen. Komm, heb mich auf. Ja, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich direkt neu starte. Ich hab eigentlich gerade genug Punkte. Ich muss eher schauen, dass ich welche ausgebe. Ach stimmt, ich glaube... Ich glaube, weil es gibt ja so ein Bild, auf dem man sehen kann, an welchem Tag man was bekommt in DBD. Und ich glaube, auf diesem Bild war für den 23. oder 24. äh, so eine Viertelmillion Blutpunkte geplant. Das kann sein, ja? Ich mag Toast Hawaii gerne. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Nein. Okay, wir müssen da vorne hin. Da hinten ist die nächste Box. Okay, lass uns mal ganz kurz einen Kassensturz machen. Ich hing noch nicht. Jan hing zweimal. Mipsoft hing zweimal. Hanna hing einmal. Okay. Das heißt, eigentlich muss ich versuchen, den Killer auf mich zu ziehen. Weil ich hing noch gar nicht. Nice. Sehr gut. Oh mein Gott. Keine Palette. What? Okay, wenigstens hänge ich jetzt. Okay, da hinten ist jemand am Jen. Hanna ist verletzt. Mipsoft ist nicht verletzt und könnte mich eventuell holen. Ein Trashcan. Ich esse alles außer gekochtes Gemüse. Oh, was? Gekochtes Gemüse isst du nicht? Wie kommt's? Nice. Sehr gut, Steven. Also, ja, da müsste ich auch die BD, glaube ich, neu starten. Ich glaube, das ist wegen dem 24. Morgen. Also, man sollte 30k bekommen für heute. Ja, dann weiß ich nicht, woran's liegt. Dann weiß ich nicht, warum man so viele Punkte bekommen soll. Hoffentlich kommt sie hier, dann kann ich sie ein bisschen beschäftigen. Aber ich glaube eher, dass sie unter uns ist. Ja, sie ist unter uns. Geht sie nach rechts? Ne, sie geht nach links. Auch nicht, oder? Also, sie geht wieder hoch. Mhm. Wir observieren sie jetzt mal ein bisschen. Okay. Hier ist Hannah. Hannah hat am Jen gearbeitet. Sehr gut. Einfach geschenkt von DBD. Ja, klar. Kann natürlich sein, dass es einfach ganz normal geschenkt ist. Von DBD. So, kurz antippen, damit er nicht regresset. Ich hoffe, Hannah ist noch hier oben irgendwo, damit ich sie sehen kann. Nice. Oh, es ist da Jan her. Jan macht das gut. Das heißt, ich mach so lange den Jen weiter. Am 25. gibt's 300k. Ah, okay, dann war das am 25. Okay. Igel. Ananas Erik. Ineffektiv. Ist das dein neuer Name, Igel? Heißt, heißt jetzt ineffektiv? Bei DBD. Genau, also gleich sind, in der nächsten Runde sind Ender, Hendrik und Peer dran. Danach Erisch, Steven und noch eine dritte Person, die sich bisher noch nicht gefunden hat. Deshalb, Leute, wer mit Erisch, Steven und mir spielen will, einfach Ananas und den DBD-Namen in den Chat. Wird eine Promi-Runde, weil Erisch dabei ist. Ich will mitspielen. Okay, dann kann Igel mitspielen. Nice. Nein, Jack Riese. Nein. Kein Hass. Biete, 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 kein Ananas Hass. Okay, sie ist nicht mehr hinter, ähm, Hannah, ja? Das war mir persönlich jetzt ganz wichtig. Schaffen wir es noch? Ja, wir schaffen es auf jeden Fall noch. Nice. Schön zum Abschluss. Gigi's. Let's go. Nein, Jack Riese. Sei doch etwas toleranter, der Ananas gegenüber. Igel. So. Mal sehen, braucht jemand Hilfe? Oh, da braucht jemand Hilfe, ja. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Boah, nein. Wir waren eigentlich safe, Jan und ich. Jan und ich, wir waren beide safe. Nein. Nein. RIP. Nein, ihre Falle. Ihre Falle ist jetzt aktiviert. Oh, hätte ich ein bisschen Flashlight Juice übrig, ne? Ich kann nichts für euch tun, Leute. Selbst wenn ich sie aufheben kann. Oh, es tut gerade so weh, Leute. Es tut gerade echt weh. Er denkt, er hat mich. Er hat mich auch. Nein. Ach, wie schade. Wir hatten es eigentlich, aber wir wollten halt alle rauskommen. RIP, Leute. War eine richtig geile Runde. Ich gehe nicht ohne euch raus. Ich lasse euch nicht hier. Die Ananas Army hält zusammen. Wir halten zusammen, Leute. Ananas fürs Leben. Wie bei Bad Boys, nur anders. GG's, Leute. War richtig geil. Nein, ich will mitspielen. Ich muss ein bisschen Chat nachholen. Ich habe ein bisschen Chat überlesen gerade. DVD hat was getweetet. Ender, was hat DVD denn getweetet? Ich weiß nicht, Igel. Ich glaube, viele wollen diesen Status einfach cool finden. Das ist einfach cool. Ach, bis zum 6. Januar bekommt man 250 Blutpunkte. Sehr gut. Hm. Ey, Leute. Das war richtig geil. Wer lässt schon Team jetzt zurück? Hust. Da kenne ich zwei. Master, Dracer und Wipsoft. Die beiden können das. Leute, GG's. Leute, GG's.